Ich war kurz nochmal in Real und beim DM. Und zwar habe ich hier noch so viermal eine habe ich schon gegessen. Schmeckt echt lecker. Fast nur 99 Cent. Das ist so eine Sportwurst. Mehr Protein. Dreimal. Dann gab es Kinderwürde. Das ist ein Abverkauf für 99 Cent. Habe ich zwei mal mitgenommen. Maxi King für 65 Cent. Und einmal einen Skier. Hier habe ich jede Menge Pasir noch ergattert gratis. Ich weiß gar nicht wie viele das sind. Ich habe glaube sieben Corpons eingelöst müssen. Ich weiß gar nicht. Und dann habe ich noch das hier mitgenommen. Kokos aufstrich mit Vanille. Das soll sehr lecker schmecken. Ich bin gespannt. Hallo meine Lieben. Willkommen zu neuen Rossmann und DM-Hall. Ich habe ein bisschen Rossmann und... Achso Kaufland war ich auch. Ich habe ein bisschen mit Corpons gekauft. Cashback und gratis. Ich zeige euch einfach mal und zeige von jedem, von was es ist. Hier habe ich fünf Sofortbilder gratis bekommen. Das hat man letzte Woche bekommen. Wenn man einkaufen war, hat man dann die fünf Bilder bekommen. Da habe ich dann fünf Bilder ausgedruckt. Und eben habe ich ein Eiweißwegel mitgenommen. Von Corpons hier einmal Caponossi. Einmal Classic. Da ist die Gutein günstiger. Und einmal Käse. Käse ist für Marco, weil der liebt das mit Käse. Dann habe ich hier Lenore mitgenommen. Das Deluxe. Oder Deluxe. Neunmal habe ich mitgenommen. Einmal in grün. Einmal hier in... Blush. Keine Ahnung, ob das überall drauf steht. Ja genau, hier steht Kiss. Viermal. Und dreimal Mystery. Und einmal Charme. Ist das Charme? Ja. Genau. Und die sind für 33 Euro im Angebot. Im Kaufrand. Es gab ein 2 Euro Copon. Heißt, ein Stück hat dann nur noch 1,33 Euro gekostet. Dann kommen wir zu Rossmann. Rossmann habe ich, ich glaube, 18 Euro hätte es gekostet. Und 12 Euro habe ich nur gezahlt. Ich habe Dove dreimal mit... Sechsmal mitgenommen. Gab es für 1,90 Euro im Angebot. Einmal habe ich hier Kokosnuss Duschcreme mitgenommen. Und dreimal wieder Männerdeo. Ich liebe Männerdeo. Ich habe gerade einen Sprachfehler. Keine Ahnung warum. Männerdeo liebe ich viel mehr, weil das riecht irgendwie viel besser. Finde ich jetzt. Und wenn man sechs Stück kauft und auf 6 Euro kommt, gibt es einen 2 Euro Copon. Auf DAF gibt es entweder am Rossmann Regal oder in der App. Und dann kann man auf Maguru pro Stück nochmal 50 Cent zurückholen. Dann habe ich hier zweimal Seifen mitgenommen. Manko Exotec. Gab es für 55 Cent. Dann habe ich Schnuller mitgenommen. Zweimal. Die gab es 20% günstiger. Und dann gab es noch einen Euro Copon in der App. Genau. Und habe hier die sechs bis 18 Monate mitgenommen. Genau. Verschlammte nämlich immer alle. Dann habe ich das hier günstiger. Und da gibt es noch eine Geld-Zurück-Aktion. Und die würde ich gerne machen. Genau. Und da gehe ich heute an das Geld zurück. Dann habe ich hier wie gesagt noch ein Paket bekommen, weil man sich da in der App jetzt auch bei Babywelt anmelden kann. Müsst ihr mal gucken. Ich hoffe, ich kriege das jetzt schon hin. So, jetzt. Irgendwie bleibt das nicht offen. Das ist so. Wollten wir das nicht. So, jetzt. Oh, wie cool. Da ist einmal ein Vorteilsheft drin. Da sind lauter Korpos, glaube ich, drin. Finde ich ja geil. Dann einmal Feuchttücher. Die große Packung. Das ist echt cool. Können wir immer brauchen. Mit mir. Dann ist noch drin. Einmal. Heute läuft's. Einmal Ultrasenfit-Bad und Shampoo. Können wir auch gebrauchen. Dann haben wir hier Schnuller. Der ist auch richtig cool, aber den nimmt er nicht so gern. Also, schauen wir mal, ob er ihn nimmt oder nicht. Dann einmal ein Früchtetee. Perfekt für hier. Dann hier eine Babycreme. Dann haben wir die Flasche gerade übrigens nicht dazu. So ein Schnuffeltuch. Ist jetzt hier drin. Ich weiß nicht, ob ich es rauskriege. Das kriege ich gerade nicht. Genau, ich zeige es euch dazu. Mit einer Hand ist es halt schlecht. Dann haben wir hier, passt uns leider nicht mehr. Windeln. Schade. Dann haben wir hier, ja für die, was ist denn das? Spinden oder so. Spinden? Ich glaube schon. Dann haben wir hier eine Pflege-Lotion. Können wir auch noch gebrauchen. Muttermilkbuddel können wir leider auch nicht mehr brauchen. Dann hier Wohlfühlwäsche. Das ist halt hier irgendwie, ist das eine Probe oder? Ich weiß nicht. Schau mal rein. Keine Ahnung, muss ich mir genau angucken. Dann haben wir hier noch so eine Karte. Und hier ist noch so ein Heft drin. Ja, und dann beim DM habe ich nochmal, ich glaube 24 Stück, solche Persil-Pakete mitgenommen, gratis. Ja, das war's und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Hallo meine Lieben, willkommen zu neuen Kaufland-Fall. Bei Rossmann haben wir auch ein paar Dinge gekauft. Und beim Edeka, aber das sage ich dann extra dazu. Ich weiß gar nicht, was haben wir ausgegeben. 80 Euro. Circa 80 Euro. Und zwar gab es hier Maki, ähm 30 Prozent. Da habe ich so siebenmal Nudelsuppe mitgenommen. Dann gab es noch, ich glaube die waren für 49 Cent im Angebot. Irgendwie sowas. Und wenn man sieben Stück kauft, hat man noch 1,50 Euro Rabatt bekommen. Und ja, für schlechte Zeiten. Einfach so suchen. Hier habe ich ein Sack Mandarine mitgenommen. Viermal Pepsi, da steht nur eins. Fünfmal Kuchwaage. Dann habe ich hier, was gab es im Angebot? Iglo, das ist mit Tomate, Mozzarella. Und das habe ich erst probiert. Das schmeckt sehr, sehr lecker, finde ich. Und ist, wie gesagt, sehr, sehr punktearm. Habe ich mir zweimal mitgenommen. Schaut da auf jeden Fall mal nach. Einmal Paprika. Dann gab es Werthaus Original im Angebot. Und vier. Das steht jetzt gratis testen. Ich habe einmal Schokotoffe. Einmal die normalen mitgenommen. Einmal die Soft. Und die da. Genau. Und man muss vier Stück kaufen. Und muss den Kassenbau einreichen. Dann gibt man das Geld zurück. Zweimal Zucchini. Einmal Bibi-Witamilch. Dann haben wir ja noch eine Soda-Flasche gebraucht. Einmal Eier. Dann hier Cocktailtomaten. Toast. Zweimal Rohschinken. Einmal Käse auf den Blech. Meine Bonbons wieder. Leas Brot. Dann habe ich. Haben wir fünfmal Pusen durch mit Curry. Heute ist Kindertag. Man bekommt ein Kinderprodukt gratis. Pro Konto. Ich habe mir Kinderbrüno mitgenommen. Und Marco hat sich Kinderriegel mitgenommen. Genau. Und da muss man auch im Kassenbau heute einreichen. Dann kriegt man das Geld zurück. Zweimal hier so ein Jojo. Wollte Jojo sagen. Genau. Für die Kids. Einmal Paprikacreme. Genau. Einmal Rama zum Kochen. Einmal Gesichtswasser. Wasser. Von O'L'Oreal. Von Rossmann. O'Dolme 3. O'Dolme 3. Was ist denn los? Dann vom Edeka Kinderschokolade mit Pixiebuch. Das werden wir auch machen. Im Edeka gab es einmal diese Chips für 69 Cent. Und die hat er leider vorher im Kaufland mitgenommen. Hätte er das gewusst, hätte er natürlich zweimal da mitgenommen. Zweimal Salvatwurst. Rama Grimfein zum Kochen. Hähnchen geschnitzeltes. Baby Vita. Bier. Tier. Hier. Genau. Und Marco hat sich auch angemeldet und hat den gleichen Koffer bekommen wie ich. Aber den muss ich jetzt nicht nochmal auspacken, weil das ist genau dasselbe drin. Und das war's. Dann sehen wir uns wie immer beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.